Hallo, hier ist Jan Lahn vom Microfran Club. Und der Max Dennis und wir testen heute die Map, ähm, Abduked by a Creeper. Oder sowas in der Ars, naja, schauen wir mal. Ja. Und du bist am Kacken oder was machst du da? Ach, es ist gemütlich hier und du kannst von mir das vorlesen, die Rune ziehen. Habe ich letztes Mal gemacht. Ok, lesen wir von Vorkommens an. Da, TNT, ja, wir dürfen TNT, müssen wir sammeln. Dürfen es nicht benutzen, außer am Ende. Und schwarze Wolle dürfen wir zerschlagen. Steht mal hier im Großen und Ganzen. Ähm, dürfen natürlich zerbrechen, keine, nichts machen, was irgendwie, keine Sachen benutzen, wie das hier, ne. Müssen wir ausschalten, so. Und ja, müsst dann klappen. Und du bist am Tansi-Tansi, wie immer, ne. Mhm, was ist das hier, äh, schwarze Wolle ist was? Schwarze Wolle dürfen wir zerbrechen, also zerschlagen. Und TNT in Kisten dürfen wir... Also kann man das nicht zerschlagen? Und TNT dürfen wir... In die Kiste? TNT müssen wir sammeln, ich weiß, als Währung. Hier sind noch mehr TNT, ja. Ja. Ich hab jetzt drei Stück. Hier sind Credits, aha. Credits? Hast du den TNT eingesteckt? Ja, ja. Ah, hier ist noch mehr TNT. Aber 7. Am Ende kriegen wir noch so einen Score, ne. Und dann, ja. Okay. Gucken wir was das wird. Alle haben uns noch ausschalten, ne. Hier, okay. Die Credits. Sehen uns nicht. Okay. Wo kommen wir jetzt weiter hier? Ah, hier die Wolle ist zu schlagen wahrscheinlich. Komm mal her. Schlagi. Oh ne. Springen! Ja. Oh fuck. Und was steht jetzt hier? Well, hello there. I was wondering when you could wake up. My name is Bob. Bob. But you can call me Lord Creeper. The reason you are here is that you have been bad lately. And by bad I mean you have killed my family and destroyed my home dungeon. So I decided put you through various trials. If you succeed you will be free to go and might even get a cake. Yay. Fast den Porten hier. But if you fail I have a comfy spot waiting for you in the nether. Okay. A comfy spot? Comfy spot. Comfy. Also comfortable. Okay. Ah, es ist ein Tee und ein Stein. Ein Stein. Stein. Da unten ist ein Ofen wie es ausschaut. Da ist auch noch Stein drin und eine Kohle. Ah. Ich krieg dir mal eine Steine. Stein. Wieso ist eine schwarze Wolle? Darf man die benutzen eigentlich oder nicht? Ich glaub nicht. Was mache ich? Ich muss die Scheiße einschmelzen. Ja. Ein Ofen. Stein? Ja, für zwei Steine für einen Knopf oder nicht? Ja. Auf die Tür hin. Aber wir haben ja noch keine Workbench oder? Da unten ist ein Furnace. Das kannst du im Inventar machen. Ja. Noch ein Stein. Ja. Die Wolle hab ich, weil die Kohle ist. Und ja. Ja. Wir machen auch noch mit dir mal Angst. Wir schreien auch kurz weg hier. Ja. Wir mussten hier leider ein bisschen rein. Am Anfang mussten wir leider cheaten. Wir mussten hier reinfinden. Auf Multiplayer ist nicht so. Ja. Ab ins Wasser. Geht schon. Okay. Jetzt muss ich das den Knopf hier machen. Übereinander, ne? Hör mich runterstoßen hier. Was ist denn? Es ist aufgefallen. In jeder Map muss man anfangen einen Drecksknopf machen für die Tür. Lord. Drücken! So. Persia plate. Freedom! Yeah! Freedom! Oh ne! Ich glaube, ich trau ihn. Vielleicht kann man da durchklicken oder so. Ich soll euch durchrennen. Ah, na, na, na. Du willst zählen. Du willst zählen. Ich glaube. Personal. Okay. Hier, geh hier. Ich trau den Leuten nie, die solche Maps machen jetzt alle krank im Kopf. This is the first of your trials. I hope you will fail. Deinem oder? Oh, nee. Fail. Kusch. Darüber kommen wir ja gar nicht. Oder? Ah. Spring die, spring die. Big fail. Warte, 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 warte. Bist du hier oben? Ja. Oben ist Lava, guck mal. Ah, pfff, sehr schön. Cool, ne? Ja. Ah. Ich muss immer den Knopf anstecken. Oh, fuck, nein. Dennis? Er lebt hier. Du hast kurz kollabiert. Ja, ganz kurz, weil... Ich muss kurz, weil ich von Schultz erinnern, weil vom Springen ist ein bisschen behindert. Ach so, ich springe auf Space, oder was? Ne, ich hab das auf Enter gegen den Fly-Mod, aber ja. Ach so. Ich bin drüben. Okay. Ja, Fly-Mod nicht benutzen, ne? Oh! Alter! Ich bin kackt, wo ich war. Einmal versuch ich noch, dann trau ich mich jetzt zu dir. Die Klappe! Was? Wo war ich? Wo bin ich? Ich bin gefahren. Ich kann mich noch erinnern, Lava fallen. Oversource Prison, ja. Das ist irgendwie eine Tür, ne? Flieg einfach her. Das ist eine Tür, ne? Da ist eine Tür, oh fuck. Geh mal da rüber, ne? Da gibt's sicher TNT drin. Du bist raufgeflogen, du kleiner Bastard. Wenn's einer schafft zu springen, dann passt C. Ich komm sicher nie wieder raus. TNT! Eins, zwei, drei, vier. Ich bin kackt. Lalalala. So, hat keiner gesehen. So, komm. Oh fuck, die brennt, Alter. Scheiße. Knister, Knister Knabe. TRIAL 2. The Soulcentrum made 100% of souls. Oh fuck, what the fuck? Das ist ein Knopf. Du bist auch ein Knopf. Hier sind die Tür aufgegangen, ne? Aha. What the fuck? Hast du irgendwas gemacht? Da ist eine Pressureplatte an der Ecke. Wo? Hier. Ach so, bleiben wir drauf. Das ist Blödsinn. Das hätte ich für Multiplayer gedacht. Das ist mit so einem Delay, ne? Du gehst drauf und bleibst offen. Und dann kannst du... Schau, jetzt kann man durchrennen. Ja. Ja, jetzt so nicht, ne? Geh mal. Geh, geh, geh. Ja, wie ruckelt alles, weil der Raum so klein ist. Warte mal kurz. Ich bin schüren. Ja, du... Ja, du... Ja, jetzt weiß ich den Weg. Oh, gescheiß, ich komm nicht da durch. So, mach... Warte einfach mal kurz, mach kurz drauf. Okay, jetzt kannst du gehen. Okay. Ich nehme diese Slowcent und der ist so ges... AAH! Das ist das Slowcent, Leute. Das ist das Slowcent, ja, ja. Spring einfach. Vielleicht ist es schneller. Du kannst nicht springen. Pff, du, das ist nicht wesentlich schneller. Nee. Ähm... Nee. Nee. Ich gehe verlofen. Kann man nicht, nee. AAH! Yeah! Great success! 101! Du schließt vor dem Schild. Mein fancy Stair! 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 Oh, yeah! Oh, fuck! Alter! Dankeschön! Ja, ich krieg dafür! Springen! Ich geh auf Schiff! Geh! Springen ist nicht so meine Sachen. Und dann brauchst du Sprung-Maps, ne? Das geht es auch aus. Geh! 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 ist unten irgendwas? Stehts irgendwas? Ich komm mal kurz auf die Schilderränder stellen ich bin nicht ganz täusch auf das Ding komm mal nicht rauf das sind Kaffee-Missionen auch, ne? ähm, Press, ich für ein Loser also drück Deines, drück Leiter, ey! woher? abgeschlagen von der Wand woher? und irgendwann ist die Kiste, ne? Nimmst du das raus, okay, ich hab 7 momentan 17 ja, Press ist wie ein Loser jetzt haben wir den leichten Weg genommen, ne? der ist auch schwul den leichten Weg, das muss man so machen sonst kann man es gar nicht schaffen wahrscheinlich wie wahrscheinlich? wahrscheinlich gehts irgendwie Trail 5, The Maze of Fire links und rechts kann man gehen einer geht links, einer rechts? ich gehe links oh, links geht gar nichts weiter you lost? ne jetzt noch ne Kiste mit Tinten das war's, das war's, wo wir das gesehen haben, ne? weißt du noch? genau das war's, ja wir sind vorhin kurz drüber geflogen haben wir gesucht den Eingang haben wir diesen Raum gefunden hier muss auch ne Kiste sein mit Tinten oh fuck hier ist auch ne Kiste mit Tinten hier gehts rauf aber ich brenn irgendwie hier ist auch noch ne Kiste ich hab 16 brennst, ne? ich weiß, dass ich brenn ah, hier ist rauf, lol ja sehr schön gefickte Scheiße geh du hier lang, ok? du brennst, pfff hier runter gehst da runter bei dir? ja, bei mir ist das Sackgasse ja diese Kiste das ist so flashy das Feuer, bist du gestört ja ach, haha, ich geh da gerade drauf der Sinne, dass eure Brennensäule auf mich zu rennen ja, ich will nicht mehr you know god further than 35% of my previous subjects nein continue testing oh fuck oh fuck ich kiste die A ich war schon grad MG drücken für fliegen beim runterfallen warst du schon so gewohnt trial 6, the sandpit of doom DOOM oh oh, ich würde da nichts klopfen ich trau den Leuten hier ist sandstone, ne? von diesem Punkt und du kannst Sand aber nicht sandstone, ok hier schaufeln ähm, gibt's meine? da ist doch noch eine drin da sind noch eine drin da sind noch eine drin da ist ja noch eine drin wie ist das Regen dafür? wie sieht der Regen nicht auf? was für ein Regen? es regnet ähm geh mal kurz weg vom Sand ich will das mal einklopfen und schauen, ob es passiert kann sein, dass du wegstürzt ne doch nicht du willst du rollen? nicht nur eine Kiste mit einem TNT hier oben ist Sand, ne? oh sehr schön gibt's auch noch Sand hinten sich noch mehr Kisten versteckt da hier geht's runter hier geht's runter hier geht's auch weiter hier geht's auch noch an die Tür hier steht trial 7 hier oben geht's auch weiter aber hier steht trial 7 ah, da steht trial 7 ah, die Wünste was ist denn da oben bei dir? ich bin lang im Gang mit Sand oh fuck noch lebe ich auch hinter mir, what the fuck hast du was gegen mich oder was? du bist mit dem TNT dauernd, ne? ja genau hab ich ja gewusst ey das ist gar nichts gewusst ich hab's gewusst, unten ging's den Leiter runter also ich hab's gewusst, unten ging's den Leiter runter gut man freut mich mir so nicht Alter, komm mal weg das hast du jetzt davon ich hab's gewusst wo geht's runter? oh fuck die Tür oder nicht? nein, hier ist der Leiter mit Sand, die Sand ah na, die Kiste ist da unten okay, nein, die Kiste ist da unten okay, nein, die Kiste ha zu langsam ne, wirklich du musst wieder vor, musst du wieder stundenlang warten, bist du da nicht durchklopst links und rechts oder was? und vorne na geil da macht auch keiner so, so eine Brinze, ne? ja wrong way, haha was ist? das stand wrong way bei dir? ja, wo ich von hier geht's auch runter ach so, egal aber die Kiste mit wieder TNT sonst nix? ne, sonst ist hier kein Sand mehr aber auch nix was? wir werden wahrscheinlich einen Knopf brauchen oder so für die Tür hier ist noch Sand hier ist auch noch den T drin hier ist noch ein Pressure Play Pressure Play ist drin rankommen wir müssen rauf gehen lalalala ok Ladies first my friend so wird der Sand klopfen wenn du schaust was hin hier irgendwo ein Tipp to go up and to go down 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 gibt's ein paar Kombinationen hier gibt's irgendwo noch einen Tipp hier ist mir wahrscheinlich noch einen Tipp warte kurz hier kommt der TNT die Tür ist offen, ne? ok, ich hab mir den T gefunden TNT ok ok guck try A the trial of lava warte mal kurz ich bloß mal die Schaufel noch war hier noch Sand am Boden schon eine Kiste ist hier mit 5 TNT naja das war's oh meine Luft lufti oh ne warum die du musst wieder irgendwie zu springst vorne oh alter ich will nicht vorspringen weil du als erster sterben bist hm 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 ich will nicht ich hasse Lava macht Blisomyphobie aus das kannst du ja nicht forschen ich sag nur oh wo soll's prison, ne? falsche Gang wieso oh ne die Kiste, hier ist auch ne Kiste sehr schön wieso guck mal da hoch wo musst du eigentlich hin mit kein Plan das soll denn da ist eine Tür mit einem Pressure Plate sind wir dahin hergekommen wir sind vor da unten gekommen achso achso da war ich ja eben schon ok ja ja da musst du auch hin hm 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 Trüpfel So bescheuert Schon So Go 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 up La 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 Try a 9, better think your choice is true 101 muss man auch nicht bemerken Ach hier wahrscheinlich 101, ja Hier LOL Das ist unseres anspruchsvoller Ja, the boring one The boring one The boring one We have to go up We have to go up There is no tip for you Here is the light I'll go down Here is a bed And here You find a note beside the chest Saying I have been trapped in this hole For many years As I lay on my dad Bad Was is with you? I write this note I hope you will get rip Of Lord Creeper Who trapped me here Okay To help you I left a button Which I made from the only rock And I have found here I have a button And a bed And my nose juck I have TT Quatsch So an Zeit So an Zeit I have a button I will not try to do that I will not try to do that Because they can't all of them Go through ladies first I will now have a sandblock How do I open that door? So what now? How do I open that door? Okay redstone Where is the door? Where is the door? Where is the door? Where are you? Oh fuck My nose is something like that You found TT and redstone I have TT and redstone Can we look at the door? I have a redstone I have a redstone I have a redstone Cool And where must that? 1 2 3 That must That must 1 there 1 there And 1 there where you stand Ok But that would be But That's weird Very weird I have to remember Bastard Ha What are we doing now? You I have to think Maybe we have a redstone We have a redstone We have a redstone There is a door Oh come on Oh fuck Don't go ahead Don't go ahead Where is the TT? What do you see? There is probably There is probably a box There is probably a box Where is it? Yes What is here actually? There is a repeater Ok There is one inside A redstone Yeah Oh Yup There is aplay Okay